In der tunesischen Küstenstadt Sazis haben erneut Tausende gegen das Vorgehen der lokalen Behörden nach einem Bootsunglück protestiert. Das Flüchtlingsboot mit zahlreichen Menschen an Bord war Ende September gekentert. Fischer fanden später mehrere Leichen, die unidentifiziert beigesetzt wurden. Von mehreren Migranten fehlt aber immer noch jede Spur. Die Demonstranten forderten eine intensivere Suche nach ihnen.